In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man nicht erreichbare Punkte exzentrisch mit dem GNSS-Empfänger Altus NR3 von Septentrio und der Carlson-Software SurfPC misst. Tippen Sie rechts auf das Symbol mit dem Baum, dann auf Methode und wählen Sie daraus zwei Punkte aus. Zunächst wird der erste Punkt gemessen. Legen Sie dazu ein Maßband vom zu messenden Punkt auf den Boden, in diesem Fall eine Hausecke. Speichern Sie nun den ersten Punkt ab, indem Sie auf Punkt 1 messen tippen. Gehen Sie nun zum zweiten Punkt auf dem Maßband und messen Sie diesen. Nun geben Sie den Abstand des zweiten Punktes bis zur Hausecke ein, den Sie vom Maßband ablesen können. Speichern Sie den Punkt ab.